Yo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zu einer dritten Runde, ist es jetzt glaube ich, Team Fortress 2, wieder mit dem guten Messer X, zocken wir. Guten Tag. Dieses wunderschöne Spiel. Und wir starten sogar gleich in 5 Sekunden. Ich habe ja letztes Mal diesen schönen Bogen freigeschalten. Ja, gib du ruhig noch an hier. Ich gleich mal ausprobieren. Alarm, Eroberung unseres Kontrollponts. Okay. Okay, was zu treffen ist schon mal schwer. Und direkt von der Rakete. Und direkt getötet. Okay, Sniper ist hier nicht so doll, also nehme ich jetzt wieder den, den ich letztes Mal auch hatte. Weil das ist hier einfach am besten den Raketenwerfer zu nehmen. Alarm, Eroberung unseres Kontrollponts. Wer ruft denn da Sanitäter? Der Weiler Bonuszeit behalten! Das ist schon Bonuszeit. Die sind doch schon bei dir. Was? Boah, gleich mal ein... One-Hills-Böber-Raketenwerfer erwischt. Äh, äh. Äh, warte mal, wo bin ich hier gerade? Ich bin total verwirrt. Ah, hier geht's zu A, was ich schon eingenommen habe. Dann muss es hier ja irgendwie zu B gehen. Tatsache. So, jetzt bin ich bei A. Äh, okay. Boah, ich hab einen erwischt. Der ist direkt auf mich zugerannt. Hä? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ja, noch einen. Nice. Nice. Nein. Nein, ach Mann. Oh, ich konnte nicht mehr raus. Scheiße. Ja, noch einen erwischt. Schwer tot zu kriegen. Die Erfahrung auf Steam freigeschalten. Nice. Feuer, Feuer, Feuer! Nein, und jetzt wird's mit dem Katana niedergesäbelt. Schade eigentlich. Boah, 63 Punkte hab ich. Ich bin der... ...stärkste... ...im Spiel hier. Nice. Kack mir. Boah. Mit seinem Bogen hat er mich weggeholt. Okay, jetzt müssen sie also alle zuziehen. Also, der Mechaniker, der muss echt viele Kills abräumen, so wie der seine Schütze stationiert hat. Hey. Oh, ist da einer? Die kommen ja noch nicht mal die Tür durch. Och, komm schon. Ist da eine Töter. Feuer! So. Das wird ja nicht treffen. Der Loch Nässer. Oh, ich hab sogar einen erwischt. Ach, jetzt weiß ich wieder an, was mich dieses Spiel erinnert. Die Sign-to-Handy-Game. Wie hieß denn das nochmal? Äh, Respawnables. Respawnables. Ja, genau. Respawnables. Das war auch sehr gut. Oh, und ein Vollerwischt. Boah, ich bin fast mit dem Raketenwerfer. Musst du ja eigentlich nur irgendwo hinschießen. Eigentlich schon, ja. Musst du eigentlich immer irgendwo hin gehen. Ja. Aber ich brauch hier irgendwie grad ein Medikit da. Ja, das brauch ich auch. So langsam mal. Schon, den hol ich. Aber dann, unsere Mechanikern kommen die überhaupt nicht mehr zu sehen. Oh, der war doch da eben noch. Ja, super. So, hier wieder. So, aufhören. Ach, der liegt auch gleich. Führt auch gleich neben. Nein, ich wollte nicht teleportiert werden, Leute. Ich renne hier wieder in die grüste Scheiße rum. Ja, gut gedeutscht. Da ist er. Oh, krass. Oh, komm, ja, komm. Ich bin holt ja. Oh, komm, 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 komm. Oh, hier ist keiner mehr. Okay. Weiter zu 10. So, ich muss mich wieder heilen lassen. So, und diesmal drauf auch nicht in diesen Teleporter reinzuhüpfen. So. Ups, immer die falschen Tests. Oh, sorry. Oh, Gott, ich hab grad erschrocken. Ja, ja, der Abzugsfinger, ne, weißt du ja, ist immer schnell am Start. Ja, ich merk's. Nein. Oh, ich konnte nicht schnell genug wechseln. Mann. Also, irgendwie kommen die nicht mehr vom Punkt B zu uns. Ich glaub, das haben sie jetzt aufgegeben. Das scheint so. Irgendwie ist da auch keiner. Oh, ich bin spawnen bei A. Oh. Oh, nein. Dass sie immer unangekündigt reinlaufen müssen zu uns. Ah, da ist der Spawn. Da. Ne, komm, Spawncamping machen wir nicht. So, so viel sind wir ja jetzt auch wieder nicht. Ja, doch schon. Nein, irgendwas wird... ...quot zerlegt. Nein, ein Spion! Ha! Feuer, 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 Feuer! Ich bräuchte Heilung. Mal wieder. Mann, ich sterb hier die ganze Zeit. Ich bin ja wieder ein anderer ausprobiert. Ich halte mich sogar echt gut. Dafür, dass ich es heute erst angefangen hab. Normalerweise bin ich ja am Anfang immer noch schlechter, als ich es jetzt schon bin. Und diesmal haben wir sogar beide gleichzeitig das Spiel begonnen. Ja! Und ne? Keiner hat vorgezockt, was normalerweise immer du machst. Ja, komm. Also ich meine, Titanfall, da hast du halt einen Shitpack. Und ich meine, wer kostet das nicht aus? Ja, natürlich. So, klar. Ja, okay, der, der war schon weg. Oh Gott. Diese Waffe hatte ich ja. Ach so, die haben jetzt nur noch eine Minute und 20 Sekunden, dann schaffen die nicht mehr. Locker nicht. Jetzt bin ich, du Held. Wer auch immer du bist. Hä? So, Fahrschützen direkt, mein Weg geholt. Boah, ich hab noch einen weggeholt. Haha, es hat nachgewirkt. Geil. Der Flammenwerfer. Naja, gut, das ist mehr so ein Regenbogenwerfer. Oh, boah. Ja, ne? Das hab ich nicht. Ich hab nur so ganze Sachen wie die Standardausrüstung. Der wirft Regenbögen. Das ist so. Ja, ich glaub, das sieht nur so aus. Äh. 72. Punkte. äh. 58. Ja, ist das doch gar nicht mal so schlecht, ne? Ja. Geht dann. Ja. Wie lang nehmen wir eigentlich jetzt schon auf? Äh. Ich glaube jetzt, äh, gute Stunde, anderthalb. Und diese Runde hier, hat die erst frisch angefangen? Ja. Ah, okay. Ein. Ja. Danke, Will. Ich hab wieder vergessen, den Timer richtig zu stellen. Ja, die hatte erst angefangen. Okay. Dann stelle ich den. So. 72 Punkte. Wow. Ames Gegner-Team hatte nur drei Mal mehr. Äh. Au. Oh. Kartenwechsel. Schon wieder? Ja, scheint so. Und ich hab ganze... Ein... Einen ganzen Gegenstand freigeschalten. Und das ist eine Zuckerstange. Oh, mit einem Soldat hab ich bis jetzt 34 Minuten gespielt. Boah, das ist mein... Beste. Die Zuckerstange. Ich mein, ich hab ja auch nicht viel freigeschalten. Ich hab... Einen Helm freigeschalten. Äh, noch eine Rüstung. Und einen Bogen. Flammenwerfer. Einen Bogen, äh... Einen Flammenwerfer. Pff, ja, also eigentlich... Äh, pff, ist das ja gar nicht mal so viel. Was bist denn du, blau oder rot? Das weiß ich nicht. Ich... Ich bin rot. Ich muss immer Vollfunk legen. Das nervt mich. Nein. So, wo... Ah, ist doch wieder... Ist das dieselbe Bett? Nein. Äh, weiß halt nur so aus. Boah. Hä, was ist das jetzt? Wurdest du auch zurückgebeamt? Jo. Bist du, du... Ich stand hinter dir. Oh, schau. Oh, erstmal den Koffer an den Schrank. Centrum, ich bin aufgetreten. Bring mich auf den Punkt, Mann! So, die anderen haben draufgehauen. Vielleicht bring das drauf, Frau Gerlis. Auf was? Tatsache. Nein. Gut. Muss man jetzt erst wieder Pult nachfüllen. Oder falle ich besser nicht runter. Du kannst dein Geschütz aufrüsten, indem du draufschlägst als Ingenieur und das bringt dir... Ah, jetzt hab ich wieder Nachschub bekommen. Mission startet in 10 Sekunden. Das ist 10 Sekunden schon. 5, 4, 3, 2, 1. Ich will nur verleidigen, wie er kommt. Ich will aber... Was? 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 Konzentriert er jetzt einfach sein Geschütz da durch die Gegend, sein riesiges... Was? Alarm, Angriff auf den Kontrollpunkt. Dwing dich auf den Punkt, Mann! Ich hab... Hä? Wo müssen wir denn jetzt hin? Oder müssen wir überhaupt irgendwo hin? Irgendwie... ...blicke ich wieder nicht ganz durch. Das Spiel ist auch nicht gerade einfach. Oh, man kann sogar rausgehen, okay? Äh, okay. Okay, ich wurde niedergemessert. Alles klar. Und dann probieren wir jetzt auch mal wieder einen anderen aus. Ja, ich hab mal den Mechanik aus. Ich probiere uns auch mal zu messern. Ja, hier kommt... Spy. Ich bekomme keine Reparaturpunkte mehr. Ich brauche dringend diese Reparaturpunkte. Oh, das bist du. Ja, Mann, jagt mir doch nicht so einen Schreck, Mann. Ja, bei den Spys erkennt man nicht richtig, wenn man gegen mich... Schnell dich auf den verdammten Punkt. Oh, ja doch. Ich baller da immer einfach drauf. Alarm, Eroberung des Kontrollpums. Oh. Ja gut, da hätte ich jetzt vielleicht nicht einfach so reinlaufen sollen. Ich glaube, da liegt ein Hut. Ist gut. Da. Erinnst du dich nur hier drinnen rum? Ja, jetzt bin ich wieder so halb draußen. Naja, ist das. Und eine Kette Hilfe bekomme ich mal hin. Jetzt kann ich das Geschütz aufrüsten. Schwing dich auf den verdammten Punkt. So. Ich kann mal rausgehen wieder. Oh, okay. Also das Geschütz scheint doch ganz gut reinzufetzen. Da ist einer. Ah, man kann seine Geschütze auch heilen. Also Mechaniker ist echt ne leise Sache, muss ich schon sagen. So, was baue ich? Ah, ich kann gar nichts bauen. Okay, doch. Jetzt kann ich was bauen. Ich baue. Und das hier. Was auch immer das macht. Nein, nun. Schneller. Nein. Och, Mann. Nein, sie haben meinen Turm zerstört. Was? Die rücksichtslosen. Rücksichtslosen Penner. Und schon wieder. Was sind sie hier? Ah, ja. Was ist denn? Autsch. Ich hab am Stuhl abgerutscht. Alarm. Angriff auf den Kontrollpunkt. Was heißt, Mechaniker? Oh. Alter, der frisst aber alles, was du dem reindrückst. Das schreit nach dem Kupps-Rache. Taut den Feinden. Denn, sie haben mein allerpreistes Stück zerstört. Das hört sich jetzt falsch an. Egal. Nein. Nein. Doch. Das hört sich nur bei dir falsch an. Zuschauer, könntest ruhig in die Kommentare schreiben. Das hört sich nur bei ihm falsch an. Achso, ja. Leider. Oh, der hat eine AWP. Der hat eine AWP. Kann der eine AWP haben. Alles klar, ich bin gleich wieder da. Tja, da hat er uns verlassen, ne? Da, wo er gut reich mit hat. Ist ja nicht. Set mir doch auf! So, und wieder hochlevelt dieses Ding. So. Jetzt hab ich gespürst voll. Kommt her. So, mit dem Schraubenschlüssel mach ich euch jetzt fertig. So, noch was. Ah. Gut. Äh, Mensch. Der B3N. Der Ben. Der B3N. 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 Der B4N. Der B3N. So, ich habe gehalten, ja. So, Leute, hier bin ich wieder. Sie haben schon wieder mein blödes Turm zerstört. Eieiei. Jetzt lieg ich ganz schön zurück. So eine Scheiße. Ja, ich auch. Drei ganze Punkte habe ich. Oh Gott. Ah, du auch. Gott, da geht es ja. Dann geht es ja. So, jetzt snipen wir den, die Hölle heißt. Was? Was ist so? Du bist tot. Ah, nee, da bist du. Aber es ist Sniper. Ach, du hast ja gar nicht den Bogen. Stimmt's. Ich habe mich gerade gewundert. Sei still. Oh. Das Einzige, was mich an diesem Spiel stört, ist die stundenlange Wartezeit zu respawn. Das ist nicht sicher. Das ist nicht sicher. Das ist trotz richtig hart an. Voll verfehlt. So. Gegeben habe ich es hier. Blöder Pyro. Ich zündel auch gern. Uah, nein. So. Ernsthaft? Ich wollte gerade den Bogen an dir testen. Hast du jetzt auch einen Bogen bekommen? Nö. Ich habe aber einen aufgehoben. Achso. Macht er mehr Schaden? Oder bist du weg? Ich glaube schon, ja. Alarm, Eroberung des Kontrollfunks. Yay, ich habe einen erwischt. Granatwerfer, immer. Schlimm, schlimm. Ja, ist es echt. Ich habe zwei mit der Pistole weggeholt. Yay, einen mit dem Schnappschutz nicht mehr weggeholt. Jetzt sehe ich gerade keinen mehr. Scheidende Arme. Das geht durchs Locken, das hat es gepackt. Das ist nur angeschlossen. Oh, Mann, ey. Ah, dich hat er auch gekillt. The Ben. Ja. Ja, hat er. Ich will auch so einen Hut hauen. Oder generell mal was, außer eine Zuckerstange. Ey, die Zuckerstange ist doch voll gut. Die One-Hit-Hit-Do, oder? Habe ich noch nicht ausprobiert. Ich glaube aber nicht. Wegen passen die denn? Ja, beim Scourten, woanders bekommst du die? So, ja, weil... Keine Ahnung. So, jetzt reicht's. Wir probieren die Zuckerstange aus, Leute. Oh. Da habe ich nicht aufgepasst. Alarm, Eroberung unseres Kontrollponts. Wie ist denn gerade die Zuckerstange aus? Ja, wenn ich da endlich mal spawnen würde. Oh, ich bin auch gestorben. Ich glaube, ich habe sogar gleich mal an der Mitte schlagen. Oh, Zuckerstange. Oh, der hat ja eine völlig falsche Richtung geschlagen. Aber immerhin habe ich mal zwei Meter Zuckerstange geholt. Oh, zehn Sekunden Wart in Seiten. Das ist echt viel zu lang. Ja. Alter. Das war jetzt mies. Ja, mach mal. Da wurde eigentlich gehen. Ich finde, dass nicht fair Errungenschaften heimschweigen. Fair sind wir. Das ist super. Das hast du vielleicht gehört. Fair sind wir. Die Errungenschaften bringen wir doch nichts. So, ja. So, ja. Das ist nicht so, dass es heben wird. Äh, was ging hier jetzt gerade ab? Alarm, Angriff auf den Kontrollponts. Ah, Sunday. Kann sein, dass wenn man auf seine eigenen Leute schießt, man sie heilt. Als was? Egal. Nee. Ich habe gerade mit einem Scout Leute geheilt. Aber halt nur sehr wenig. Okay. Ah, er kann sie mir mal danach zeigen. Mal gucken, ob das nochmal geht. Und schon wieder gestorben, ne? Ich finde das nicht lustig. So. Jetzt radieren wir sie aus. Ja, 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 ja. In fünf Sekunden radieren wir sie aus. Ist doch hinter dich, Mann. Oh, da hat er den Fetten ausgepackt. Ja, da kommt keiner. Ja, 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 ja. Alarm, Eroberung des Kontrollponts. Nein! Och, komm schon, ey. Und wer soll da bitte schon, dass ich kontrolliere? Ich glaube, wir verlieren. Ja, das ist uns noch. Ne, ich will gewinnen. 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 Die Minigun ist auch nicht so gut im Nahkampf. Ach, müssen da auch gleich 500 Leute kommen? Wir fällen gerade auf. Wir haben jede Einheit mal angespielt. Wir haben jede Einheit mal angespielt. Äh, ja. Zwar manche nur sehr kurz, zum Beispiel die Mission. Aber ja. Mission endet in 30 Sekunden. Ja. Was? Nein? Ich hab die nur getroffen oder wie? Nicht mal erschossen. Granat. Mission endet in 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, GO AF! Re Chapter! So. Das ist ja schon wieder so ein langer Mensch. Mission stabil in 60 Sekunden. Ist das eine bei uns? Ja. Komm, wir drehen auch nochmal ein Spiel mit uns. Stimmt, wir haben ja ganz sicher Tage. Ja, reicht es dir. Ja, da habe ich aber nie dran gedacht. Aber da kannst du nicht schießen. Mission startet in 30 Sekunden. Du kannst schießen, aber dann geht halt eben deine Tarnung weg. Ja. Du kannst ja wirklich nicht schießen, also gerade eben konnte ich schießen. Ja, ja, kannst nicht schießen. Vorhin konnte ich schießen, als ich getarnt war, dann ging dann allerdings die Tarnung weg. Mission startet in 10 Sekunden. Die schießen mich an. Die darf ich nicht so schießen. Hehe. 5, 4, 3, 2, 1. Zum Angriff. Ja. 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 Los geht's. Ja. Oh, wir werden schon beschossen. Die Telefonatapos wird aufgestellt. Ja. Ich... Tja. Ah, Alter. Oh, ich habe ihn gekillt. Boah, wir haben das Gegenseitig gekillt. Schon wieder? Ja. So, wo sind sie? Kommt her. Schöne euch weg. Weg, schöne ich euch. Dein Weg. So, komm, fangen wir auch immerhin etwas bei... Ah, ein Polizist. Gedöns. Ah, was ist das? So, komm, fangen wir auch immerhin etwas bei... Ah, ein Polizist. Gedöns. Danke fürs Heulen. Boah, komm schon an. Er ist ja ein Polizist. Irgendwoher wurden wir mit dem Rücken geschossen. Eine Stimmt, wenn man sich verkleidet. Geht dann die Verkleidung weg, wenn man angreift. Ja. Ja, ich hab mich nicht zugezogen. Feuer! 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 Das Teleporter-Beam ich weg. Ach nein, das ist ein In-Beam-Teleporter. Mist. Ey! Also die Runde ist jetzt nicht die beste. Oh, du wurdest vom selben getötet. Ja, von einem Geschütz. Geschütz. Achso. Da hab ich gar nicht gesehen. Da hab ich gar nicht gesehen. Als ob der dieses blöde Ding nicht abstechen kann. Ich hab's zerstört. Tja, ich bekomme noch nicht mal eine Sitze. Was für kleiden wir uns da schon aus. Boah, ich bin drin. Boah, ich bin drin. Ach, halt, wir sind ja blau. Was ist das denn jetzt schon wieder die Stellen... Schon wieder überall ihre dämlichen Geschütze auf. Ja, das ist nicht behindert. Das haben wir ja auch gemacht. Ja, ne, ich irgendwie nicht. Die haben mir ja meins immer gleich weggeschossen. Wobei, der selbst umgelegt. Ah, du bist Scout. Ja, wird ähnlich viel an Lebenspunkten wie ich. Ja, was ist das auch für ein Frag? Ne, drei. Oh, das war es noch. Oh, gegenstand empfunden. Der dritte Grat. Alle durch Minigangstrahlen und Bespieler werden getroffen. Malstrahlen. Was, was unnötig ist? Ah, für den Pyron. Nö, ich musste mir das ehrlich gesagt nochmal durchlesen. Aufscreen, da habe ich jetzt gerade ein bisschen zugehalten. Jetzt kommen den durch. Da ist ein Pyro geflogen. Da kam ein Pyro. Alter, was war das denn? Nein. Ich schalte gerade zu dir und ich, du hast einfach. Ich schalte gerade zu dir und ich, du hast einfach. Da ist ein Ich schalte gerade zu dir. Ich schalte gerade zu mir. Ich schalte gerade zu dir. Das ist ein Pyro geflogen. Ah, ich hab sogar einen erwischt. Nice. Ich hab einfach mal random geschossen. Ah, da hat einer sogar ein Geschütz aufgestellt. Ach, scheiße. Hätt's ja auch früher sagen können. Voll reingelaufen. Ja, ich auch. Boah, er ist ja vor mir reinlaufen können. Ja, natürlich. Ja. Oh, transportier mich auch. Ja, also mehr Folgen draufhalten geht's nicht, ich hab noch nicht mal ne Siste gekauft. Ja, da hat einer mitgedacht. So, komm. Oh, jetzt hab ich's geschützt wieder. Jetzt hab ich wieder nicht dran gedacht. Ja, da baut er noch. Nicht gut. So. Ja, komm. Heil mich. Muss man ja echt Nara-Hater sein, halt. Wollte ich jetzt so teleportieren. Ah. Sehr gut. Hier geht's nicht um. Nein. 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 Oh. Ah, hier. Hier sind blau, da muss ich immer wieder dran denken. Warum schießt du auf die eigenen Männer? Vor allem aufs eigene Beschütz. So. Jetzt da oben bist du einer, oder? Ja. Ja. Geht doch nichts. So. Nachrüsten. So. Gosh. Oh. Oh. girl, ich kann das aufwarte dir. Oh! Geht doch nicht. Oh! 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 Geht doch auf! Oh! Ah! Gal C. Ja. Ja, wir haben gewonnen. Automatische Zusammenstellung, okay? Nice, Mann. Zauber gemacht. Wir sind immer noch zusammen, ja. Und du bist der Erster. Jawohl. Jetzt verglauert das wieder so lang hier. So geht das ja nett hier, ne? Na ja, da nutzen wir doch die Zeit für ein neues Folgenpäuschen und sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis gleich. Ciao. Ciao.